Scheiß, Scheiß, Scheiß. Scheiß und mehr Scheiß und Scheiß. Liebe Kinder, so entstehen Outtakes oder das, was ich euch immer vor die Folge schneide. Penis! Das lade ich jetzt wieder als separates Video hoch und dann wird das wie damals mit Penis, Penis, Vagina. Was heute noch unter meinen fünf... Ich bin nur Pharmika. Pharmika. Das ist bis heute noch unter meinen fünf meist gegucktesten Videos. Dieser Fünf-Sekunden-Clip mit diesem Penis-Thumbnail, das du gemalt hast. Eigentlich musst du einfach aus jedem Video von uns rausschneiden, wenn wir Wichsen sagen. Ich habe in meinem Wichsen-Video unten links einen Wichsen-Counter reingemacht. Und bei jedem Wichsen ist ja einen hochgegangen. Ich glaube, am Ende waren wir bei 13 oder 15 oder so. Wohlgemerkt, dass es erst anfing, dass wir oft Wichsen gesagt haben, als wir dieses Rentier da hinten rausgeholt haben. Vorher haben wir, glaube ich, zwei- oder dreimal Wichsen gesagt. So, guck mal, heute müssen wir Wichsen retten. Und dann, ich glaube, jetzt habe ich schon öfter Wichsen gesagt, als in der ganzen Folge. Vielleicht, wenn ich Lust... Das stimmt, aber zum Schluss haben wir ordentlich gewichst. Ja. Also häufiger Wichsen gesagt. Ja. Aber bei der Balken dann wenigstens ein bisschen, ne? Also, ja, okay. Gut, ähm, lass mal anwixen. Äh, lass mal anfangen. Die werden noch angefixt, äh, gefixt werden. Äh, heute ist der Zwölfte. Wir haben Halbzeit. Ah! Wo ist die Kiste? Oh, guck mal, das ist sogar hier so halb aufgeteilt. Ich nehme das Buch, ich nehme meine Schuhe, einen Keks und Schneebälle. So, dann gucken wir doch mal, was war zur Halbzeit machen müssen. Äh, all aboard this crazy train. Oh dear, this is a pain. Harry, come quick, save Christmas in a pinch. Jollyville is in trouble from nasty Mr. Grinch. The Christmas train that you choose about the town has been vandalized and scrambled, leaving us with a frown north from the pole and then to the right. You find the train station, please fix it up tight. Sincerely, Santa. Kann ja mal unkompliziert, der Zug ist kaputt, mach den mal heil. Ja, so ungefähr. Warte, wo ist das? North from the pole and then to the right. Der ist bestimmt wieder ein Schild. Also, wir haben ja auch überall so, äh, 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 äh. So Minecart-Strecken, meint ihr das? No, glaube ich, muss sein. Ist bestimmt ausgeschildert. Train station. Da war ein Baum. Und ein See. Ja. wir gucken mal da unten vielleicht hier ist noch mal ein schild train station dort steht unser schönes haus und der dud steht mit einer axt davor und willst wieder kaputt machen wenn du das kaputt machst ja so ist besser so ist besser ja ich gehe jetzt einfach mal noch mal hier lang stoppen die train station santa's workshop hier steht train station hier da wir sollten doch einfach von anfang an vielleicht mal den offiziellen weg nehmen ich habe es geahnt wir müssen tatsächlich einfach rumlaufen und überall diese kaputten leise fixen für eine auf hast du dir alles genommen ich habe mir die hälfte genommen ja das meine ich ja guck mal jetzt habe ich isa ja ich habe eine mütze auf der mütze wo bist du was ach es ist eine mütze auf der mütze auf der mütze ja doppelt hält besser ja ich meine ohren sonst ist auch immer so kalt ich habe nicht weil ich habe nicht mal okay das ist ja wir müssen halt einfach darin gleise setzen muss hier wohl ach nee wir müssen glaube ich sogar müssen wir ein aufregendes fest brauche ich gehe mal andersrum einfach die kommen ja bestimmt auch wieder an ja stimmt aber redstone redstone müssen wir ja nicht setzen das heißt also zumindest sehe ich hier nirgendswo die möglichkeit dass er auch connected ist ich glaube am besten legt man einfach da wo sowieso schon redstone ist legt man dann noch einfach wieder redstone dran weil dann funktioniert es auf jeden fall was sind denn hier diese 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 die einfach nur gelb sind sind das aus gelb sind die sind aus das da lege ich dann einfach was dran und die sind dann weil hier habe ich jetzt einfach redstone drangelegt everything makes sense now is it's very special happy dass es very fun very great idea from the map leger thanks a lot deutsche bahn simulator ja stimmt das ist der deutsche bahn simulator so kommt es mir auch immer vor please hold the line hat wirklich jedes mal wenn du hier in berlin mit dem zug fährst ist halt so wir haben so probleme mit den schienen es ist vor allem immer so scheiße teuer da ist fliegen einfach manchmal günstiger das ist das problem ja von berlin aus sowieso überall hin voll aggressiv ja da ist das lang da müssen wir uns am ende aber noch ein zweites minecart oder ich glaube das eine hat ja sowieso ein geschenkt ach ich habe auch eins aber da müssen wir zusammen starten ja ganz ganz kurz versetzt und ich sehe dich hallo wir uns gleich mal gucken wer von uns da jetzt kann ich eins du eins geil das nun hat ein ei gelegt vor freude krass was ist denn hier bild des normen auch kummer irgendwann müssen wir schneemann bauen geil das freue ich mich auch mega drauf das wird richtig spannend weil das akasmus nein wo war dich train station über hier irgendwo so ich blende hier schon mal das das interface gleich aus minecart habe ich in der hand so ach so hier ist noch eine da ist noch eine lücke ja aber müssen wir die nicht vielleicht haben damit wir nicht am ende einfach die ganze zeit durch die gegenseite das müssen wir hier auch scheiße ist es weg und jetzt kommt uns das gleich entgegen oder nein da oben steht es noch hatte vielleicht krieg ich es noch an oder warte hier habe ich glaube ich auch einen redstone vergessen sehe ich gerade so ja ja weil dazwischen hatte ich nur eine normale schiene hast du das minecart gekriegt ich habe ich habe mein kart alles gut okay geil das andere woche hier hätte hier sind die redstone redstone hätte ich anhält glaube ich ja der hätte ich auch eines kacke wie komme ich da jetzt hin du musst dir mein kart direkt vor den redstone und dann weißt du da rein und kenne ich ja noch gar nicht die habe ich ja gerade gar nicht mehr hand verlegt okay das coole ist natürlich ich kenne die strecke die du jetzt zum beispiel gelegt hast hier wirklich noch nicht ich wein gehst du mal von der strecke bitte aber jetzt ist für mich neu einmal durch das winterland mit die winter und über die brücke unter die brücke die brücke vorbei da war die andere brücke wo wir uns mal verlaufen aber ich glaube ich gehe zurück nach hause ja ich sehe die trainstation ich bin noch nicht da mein zug hat verspätung typisch ich steige ich aus du kannst einfach schiff drücken ich komme nicht raus ich habe ich aber steuerung und nicht schiff ist ja bei mir war das schiff ja okay das war ja eine mein kart fahr noch ein bisschen so tschüss ja tschüss wir gehen dann jetzt auch mal wieder nach hause die leute das war aufregend und spannend ich hoffe ihr hattet auch so viel spaß vom deutsche bahn simulator wie ich time of my life jetzt müsst ihr so dass thomas die lokomotive theme eingeblendet werden ja okay 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 bei bahn 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 bahn